Mir war eigentlich schon immer klar, dass ich Volkswirtschaft studieren möchte und habe mich dann aufgrund der sehr familiären Atmosphäre für die Fakultät hier entschieden. Was mir beim Studium sehr gut gefällt, ist der hohe Stellenwert der Mathematik und dass man den Professoren anmerkt, dass sie wirklich Experten auf ihrem Fachgebiet sind.